Hallo zusammen, wir sind das Duo 28. Mein Name ist Claudia, ich bin 31 Jahre alt, bin Mezzosopran und komme aus Graz in Österreich. Hallo, ich bin die Pianistin des Duos, mein Name ist Gisela Jöpstl und ich wohne in Wien. Liebe Gisela, wann war der erste Moment mit Kontakt zum klassischen Lied in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste Moment war, aber es war auf alle Fälle ein sehr einprägsamer Moment. Ich durfte ganz zu Beginn an der Universität in Wien einmal der Zwerg spielen und das prägt natürlich. Wann war unser erstes Konzert als Duo? Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich vage erinnern an letztes Jahr und zwar im Zuge einer Meisterklasse beim Oxford Liederfestival in Oxford mit Schubert und Richard Strauss. Und wir wollen euch jetzt noch sagen, was wir mit der Zahl 28 verbinden. Von jetzt an diesen Wettbewerb.